Hey Leute, willkommen bei Roblox Victor. Heute spielen wir Tower of Stress mit dem Ehrenmann Roblox Conny. Tag hier, Roblox Conny! Dieses Spiel ist eigentlich nur Tower of Hell in... keine Ahnung was. Es ist einfach nur Tower of Hell. Ja, scheinbar ist es Tower of Hell. Vielleicht gibt es da super coole Features wie ein Helikopter. Teleport... ach so, Halfway, okay. Ich dachte gerade eben, du hast so fette Arme. Ey, ich hatte vorhin keinen Arme, als ich hier reingeladen bin, ja? Ich war nur nur reine Banane. Ich war gerade eben, hattest du Arme wie so ein Schrank. Ich bin halt auch ein Schrank, schau mich doch an. Oh mein Gott, ich bin untergefallen. Wieso bin ich nicht gesprungen? Ich bin so schlecht. Ich bin auch schlecht. Oh, ich bin auch nicht gesprungen. Lol. Lol. Ich weiß gar nicht, wie man Obby spielt. Ich auch nicht, aber weißt du Anton, eigentlich bin ich der beste Roblox-Obby... Verdammt, das war knapp. Eigentlich bin ich der beste Obby-Spieler in Roblox. Ich hab's dir nur immer viel, also nicht gesagt, ne? Weil ich dachte, ich hatte immer die Angst, dass du Angst hast davor, dass ich so gut bin. Ich möchte nämlich, dass du nicht Angst hast davor. Ich wäre eigentlich auch richtig gut, aber dieser Rollstuhl, der behindert mich nun mal. Aber das ist echt nicht einfach. Oh, das ist ja... Weißt du, ich bin krank, Anton. Ich muss den Rollstuhl tragen. Nice. Ich bin ganz oben. Ich glaub, der Tower of Stift ist einfach nur Tower of Hell und einfach. Ja, aber man hat auch nur fünf Minuten und die sind jetzt rum. Ich bin schon wieder unten. So ein Mist. Oh mein Gott, Anton. Wer hätte das gedacht? Ich hab's nicht nach oben geschafft. Oh, der eine Typ ist Big und Rich und ein Boy. Ist doch das, was du möchtest, oder? Big, Rich und ein Boy. Nee, ich will eigentlich nicht Big, Rich und Boy. Was willst du? Klein, Rich und Boy? Small, Big und... Warte, Small, Rich und Boy oder was willst du haben? Verdammt. Er soll gut Minecraft spielen können. Oh, warte, da... Ich kenn jemanden, der gut Minecraft spielen kann. Ich hab nicht gesehen, dass da ein Boden war. Fuchs töte die ganze Zeit Tiere an Minecraft. Das ist so ehrenlos von ihm. Ehrenlos von ihm. Ehrenlos von ihm. Ich muss hier warten, bis die anderen fertig sind. Damit du wieder was sehen kannst, oder was? Ja. Irgendwann, ich find's unfair, dass so viele Stages rot sind, ne? Darf ich das kurz anmerken? Und dass so ein kleiner Block, worunter auch was Rotes ist, äh, rot ist. Das ist so ein bisschen unfair, meine Meinung nach. Deswegen kann ich den nicht richtig sehen. Ja, dazu kommt aber auch noch, wir sitzen im Rollstuhl und das ist tatsächlich eine Behinderung, weil der Rollstuhl hat ja keine Hitbox. Und wir müssen halt immer mittig drauf landen, ne? Aber es ist halt... Ja, und wir können nicht sehen, wo unsere Füße sind. Ja. Aber ich voll stelle nicht runter. Ich bin voll schlecht in solchen Spielen. Wieso gibt es immer so kleine Jumps? Die regen mich immer. Was? Das war... Das war... Hallo? Ich bin einfach durch den Block durchgeflogen. Was soll das? Ja, das ist mir auch passiert, als ich runtergefallen bin. Was soll das? Was soll das? Ich bin über diesen Balken, äh, oder durch diesen Balken durchgeflogen. Hast du, bei mir war das durch so einen 3-Pixel-großen Block. Ich bin aber durchgeflogen. Kann auch sein, dass ich dachte, dass ich mit dir wäre, aber nur der Rollstuhl vorne halt ein bisschen länger ist. Ach ja, der Rollstuhl. Oh, jemand hat die Zeit verlängert. Ne, jemand hat die Zeit verlangsamt. Ja, wir haben noch 1,50. Anson, beilig! Ich muss mich wieder beeilen. Ich bin komplett runtergefallen. Ich schaffe das gleich. Keine Sorge, keine Sorge. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich kann den Block straight up nicht sehen. Anson, ich kann den Block nicht sehen. Opfer. Ich hasse es, farbenblind zu sein. Es ist halt rot auf rot und das ist ein bisschen schwer zu sehen für mich. Oder das? Was ist das? Oh. Oh mein Gott, ich bin wieder unten. Ich bin auch schon wieder unten. Anson, ich werde es nicht mehr schaffen. Anson, komm, kauf dir mal für... Halleluja, Böse. Kauf dir mal Nukethe Server. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das mache und dich dann überrasche. Aber jetzt hast du es angesprochen. Also nö. Mal 4! Nein. Ich schaffe das, ich schaffe das. Komm. Speedrun. 35 Sekunden. Ich schaue dir zu. Geh weg da. Aus dem Weg, Alter. Ich bin Kollegah, der Boss und das ist meine Legacy. Was? Minus? Warte, was? Hä? Was? Minus? Hä? Ich glaube, da ist ein kleiner Fehler eingebaut worden. Die Zeit macht, was sie soll, aber... Ich glaube, jemand hat einfach nur extra... Ach, jemand hat Negative gekauft. Ey, ich habe es gerade an dem Part vorbei geschafft, das ich nie geschafft habe. Anton, du kannst die Coils kaufen, mit denen du weniger Gravitation hast. Ja. Wenn du es einmal geschafft hast. Guck, schau dir das an. Ich hoffe, man hat es dann permanent auch. Ich habe es gerade geschafft. Ich bin schon wieder abgerutscht. Das ist das Problem. Man sieht bei dem Rollstuhl nicht, wo seine Füße sind. Ja, das ist wirklich ein bisschen unfair. Und vor allem die ganzen anderen Spieler, die hier auf dem Server sind. Hm. Aber trotzdem bin ich so gut. Anton, ich schaffe das. Ich schaffe das. Vertraue mir. Ich habe es an der ersten Stage schon nicht vorbeigeschafft. Weil ich immer erst warten muss, bis die anderen Leute da weg sind, damit ich sehen kann, worauf die überhaupt stehen. Ich habe auch einen kleinen Vorteil, Anton. Ich habe mir diesen Coil gekauft, mit dem ich weniger Gravitation habe. Unfair. Hm. Roblox, Victor, unfair. Roblox, Victor, cheatet? Fragezeichen. Was? Ich bin runtergefallen. Unfair. Hacks. Roblox, Victor, hackt. Ich schwöre, der hackt. Also, ich bin jetzt schon ganz oben, Anton. Tja, ich bin so gut. Bist du gar nicht? Da steht ein... Also, Level. Schau doch nach rechts. Oh. Ich bin sogar über... Weißt du, ich bin über dem System, okay? Unfair. Das ist gemein. Weißt du, die Reichen werden immer reicher und die Armen, die versauern ganz unten. Tja, Anton. Weißt du, die Reichen werden immer reicher, weil sie kriegen solche Items, mit denen sie immer reicher werden. Ja. Ich schaffe das aber, Easy. Wo bist du? Ich suche dich. Ich werde dich finden, Anton. Ich werde dich finden und dich töten. Verdammt. Ich schaffe das, kein Problem. Ich werde dich zerstören. Mach dir keine Gedanken um mich. Willst du mir etwas sagen? Du hast die rote Stage geschafft, beim ersten Versuch? Ja. War voll einfach. Warte, warum bist du da ganz oben? Ich wollte gerade dich... Ich bin ja extra runtergesprungen, um dir nachzudenken. Ja, ich bin jetzt auf Aufholjagd. Du schaffst es, Anton. Oh mein Gott. Was? Nein. Du hättest es geschafft. Du warst einen Millimeter dran vorbei, Anton. Aber wie? Ja, das liegt daran. Ich denke mal, yo, ich bin schon drauf, aber ich bin noch gar nicht drauf, weil nur mein Rollstuhl drauf ist. Oh, Anton, du hättest es fast geschafft. Ich will nicht mehr. Eine Runde noch. Du wirst es schaffen in der nächsten Runde, Anton. Wie eine Runde noch? Das willst du nicht alles zusammenschneiden müssen. Anton, du wirst es in der nächsten Runde schaffen. Ich vertraue mir. Wie die nächste Runde. Es wird keine nächste Runde geben. Doch, du wirst es in der nächsten Runde schaffen. Ich werde diesen Server nuken. Wetten, das machst du nicht. Wetten. Es ist rot, du hast keine Chance. Tja, ich schaffe... Warte, das ist nicht die große... Das... Digger, das kann ich ja noch sehen. Das ist ja noch sehbar. Das sind, äh, hier. Das ist das... Ich... Was ist das denn für eine Stage, Digger? Die... Vorher die erste Stage so hardcore, jetzt ist das nichts. Und ich falle trotzdem. Oh mein Gott, ist das einfach eigentlich, ne? Ja. Aber ich falle trotzdem jedes Mal runter, weil ich irgendwie blöd bin. Okay, das nächste ist tatsächlich ein bisschen schwerer, muss man ehrlich sagen. Ich bin so gut, Anton. Weißt du, Anton, wenn ich oben bin, dann warte ich auf dich. Danke, Ehrenmann. Du wirst das schaffen, vertrau mir. Darf man das Grüne berühren? Mach lieber nicht. Wenn es leuchtet, berühr es nicht. Ich falle natürlich. Ich dachte mir eben, boah, das ist mir ja voll einfach. Wenn ich runterfalle, falle ich wieder auf die blaue Stage. Und ich scheitere bei dem Sprung, bei dem es nicht so ist. Und falle an allem vorbei und bin wieder ganz unten. Anton, du schaffst es. Ich vertraue dir. Ich seh dich da. Ich speed jetzt so durch. Du springst, du springst wie ein Held. Ja, aber die anderen sind mir wieder im Weg. Oh mein Gott, du springst so wie ein Held. Ich weiß, ich bin ein Held. Du schaffst es, Anton. Glaub an dich. Warte, weißt du was? Nee, ich mache jetzt Shift-Log an. Ja, ja, du springst zur Seite dann. Ja, weil es kann so nicht weitermachen. Ja, so. Ja, so, genau so. So. Ich kann hier nicht mal mehr hochklettern. Oh Gott, wer hat denn das angemacht? Was denn? Wir haben alle mehr Jump-Power. Und haben weniger Gravitation oder so. Ja, weniger Gravitation, genau. Anton, du schaffst das. Ich glaube er nicht. Oh mein Gott, er nimmt die Abkürzung. Das war ziemlich knapp. Ja, nimm den linken Weg. Nee, was ist der rechte Weg? Nimm den rechten Weg gut so. Anton, du schaffst das. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt kommt das Einfache. Jetzt kommt das Einfache. Danach kommt wieder etwas Fähres. Ich sehe nichts. Du brauchst nicht sehen, Anton. Weil ich zu hoch springe. Meine Kamera stößt sich immer den Kopf. Du brauchst nicht sehen, Anton. Okay, jetzt kann es kritisch werden. Oh, oh. Komm schon. Oh, Mensch. Oh mein Gott, du schaffst es, du schaffst es. Oh. Ich habe Angst, dass wenn ich zu hoch springe und an diesen Wänden, wo die Lava drauf ist, dass ich rankomme, dass ich sterbe. Du schaffst es, Anton. Ich habe keine Angst. Du kannst alles schaffen, solange du wild bist. Ich kann alles schaffen, solange ich wild bin. Ich kann alles schaffen, solange ich wild bin. Wild. 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 Es ist geil, ein wilder Kerl zu sein. AAAAAAAAH! Ich weiß. Oh, Rantzor. Tja, Leute. Ich bin der Schlechteste. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal. Und schaut bei Roblox Conny vorbei. Du wirst dafür bezahlen. Ich gehe in meine Ecke. Ciao. Ich bleibe in meiner Ecke. Oh, Rantzor. Du warst... Ja, du hast eine extra verlängerte Zeit gekommen. Ist nicht. Nein. Alter. Vor allem, du bist der Einzige, der da oben ist. Nee, ich sehe das nicht an. Ich gehe da jetzt so hoch. Ich habe doch sogar... Ich habe doch drei Minuten oder so gewartet. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Raus. Tschüss. Ich schaff das nicht.